So, tach ihr Nasenbären und herzlich willkommen zu einem weiteren, äh, ja, na, sag's mal, Let's Play. Ja, ich hab gerade einen Hänger an der Platte gehabt. Ähm, ja, wir hatten hier mal, wir hatten ja vor Ewigkeiten ja aufgehört mit unserem Urlaub hier, ne. Ähm, da hieß ja zumindest noch Urlaub. Jetzt heißt er ja Drachenritter Let's Play. Okay, ähm, wir bauen jetzt einfach mal hier die Autos ab und schauen mal, ob wir hier irgendwas anders noch machen können. Ne, jetzt ist wieder das Leitige, warte. Aber wir waren doch Level, wir durften doch irgendwas machen durch Level 6. Das war, was war das nochmal? Das war, glaub ich, erst ab Level 10, genau. Ah ja, genau. Wir können Schwarzmarkt öffnen, stimmt, das war's. Können wir auch da Motorboote einzukaufen? Ne. Ne, nur Autos. Na, das können wir machen und das kaufen wir. Und dann nehmen wir natürlich das hier. Oh, perfekt. Das haben wir mega billig gekriegt, dieses Auto. So, dann schauen wir mal die Arena. Komm, äh. Ach nee, das ist Werbung. Äh. Okay, dann ist das auch noch nicht verfügbar. Dann heißt es jetzt warten. Kann ich das nicht irgendwie pausieren? Äh. Wird doch nichts drauf genommen. Doch, das nimmt auf. Ah doch, da Pause. Ja Leute, es geht wieder weiter. Wir sind wieder zurück. Die Autos wurden jetzt zerlegt. Und wir machen hier weiter. Und sammeln ganz ein bisschen hier ein. Ja, unser Urlaub-Kollege hier ist nämlich auch gerade online gegangen. Da liegen noch zwei Teile rum. Da war er wohl zu faul zum Aufräumen, hä? Da können wir leider immer noch nichts verkaufen. Das ist immer noch alles gesperrt. Bei mir? Ja. Bei dir. Ja, dann tun wir mal die Autos, die wir vorhin günstig erworben haben, auf die Rampe stellen. Den da hier auch. Und den da zerlegen wir gleich mal. Und das müsste bei dem... Nee, da geht's nicht mehr. Da fehlt die Energie. Aber zumindest der wird zerlegt. Und in der Zeit, während der zerlegt wird, verkaufen wir schon mal hier unser Sportkopier. Okay, den Motor gibt es genau noch teuer verkaufen. Und 154 Gewinn gemacht. Und 154 Gewinn gemacht. Tag den Hómarglep für den Preis raus. Das ist auch ein super Preis. Wow, legg fast 200 für den Motor. Heimum! Und das ist die. Und das hat so. Und wieder ein fetten Gewinne gemacht, so. Ja, das Auto ist immer noch am zerlegt werden. Und wir warten auf das Auto. In der Zeit pausiere ich euch wieder. Ich sage dann mal, bis gleich. So, willkommen zurück, Leute. Wir haben jetzt unser Auto zerlegt. Mittlerweile sind zwei Stunden vergangen. Und ich habe mir ja noch keinen Hotkey gesetzt für pausieren. Ähm, deswegen werden wir jetzt natürlich einfach noch das Auto hier verkaufen. Was? Drei Stunden? Und die leidige Suche nach dem fetten Kaufpreis. Geht, 144. Ah, jetzt sind sie noch auf 1600. Scheiß drauf. Jetzt hast du die Batterien nicht verkauft. Recht? Ja. Ne, die Bremse habe ich nicht verkauft. Nur was, sowas habe ich noch in den Sinn gehabt. So, die wollen wir nicht anhaben, die Schüssel. Ja, der kostet 36 Energie. Den können wir uns leider auch nicht mehr leisten. Und der? 32 Energie. Dann tun wir den doch. Nie, mal kauf mal. Und dann tun wir den nämlich abzerlegen. Na komm. Ja, dann passiere ich wieder und bin gleich wieder da, sobald das Auto zerlegt ist. Dass ihr nicht diese Warte Zeit habt. Ja, bis gleich. So, willkommen zurück, nachdem das Auto zerlegt wurde. Nach einem Tag. Ja. Schau, schau, schau. Mittlerweile ist es von videre abends. Was? Við enn einenergi. Perkkir húpt. Perkkir húpt. Von knivn. Er þeim. So Leute, wir schicken Ihnen jetzt eine Nachricht. Dann die Nachricht wurde nicht verschützt. Steh, die, die. Hup nicht. Hau ab, ich brauch den Schrotter-Otto nicht, ich wollte mir das nur schwarzmarkt. Was? Tja, dann bedanke ich mich mal beim Zuschauen bei diesem Video. Sechs Minuten Uhr. So, aber eins müssen wir noch machen, bevor wir rausgehen. Wir müssen schauen, ob alle Teile gesperrt sind. Das müssen wir nicht sperren, sperren, so. So, die zwei gehen. Ja Leute, ich bedanke mich für diesen Video, hoffe es hat euch gefallen. Falls ihr neu seid, dann lasst mir doch ein Abo da. Ja, bis zum nächsten Mal, danke und tschü tschü.